Guten Tag meine Damen und Herren, gucken wir mal da. Auf euer Anraten hin habe ich mir Hitman 2 geholt, ist gerade kostenlos, also eine Mission. Weil es jetzt so kurzfristig kommt, habe ich aber keine Verkleidung. Ich habe zwar vor ein paar Wochen mal nach einer Glatze gesucht für dieses Babyspiel, da wollte ich mir dann halt... Aber ich habe es nicht. Darum... Ist ja fast wie eine Glatze. Diese Mission hier... Nächtlicher... Besuch. Halt die Planung! Durchsuchen Sie das Haus nach Hinweisen auf den Schattenklienten. Gut, okay, Planung. Ähm, Kampfschwimmeranzug, hallo? Bin ich verrickt, oder was? Dann falle ich auf wie ein bunter Hund. Oh, Klavierseite. Oh, Spiel. Achso, darum auch der Taucheranzug. Ja, gut. Boah. Aber die Grafik ist ja immer sick, ne? No hostile presence. Alma Raynards Haus is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low. Most likely planning the militias next strike. Raynard is one of the shadow clients top lieutenants. And yet she's not a target. Not yet anyway. She's no doubt high on our clients list. But for now, it's information we seek. Okay. Infiltrate the house and get us a lead on the shadow client. Und das? Oh, ein Schraubendreher. Schön. Und damit kann ich jetzt was drehen außer Schrauben. Den Einbruch vielleicht. Guck mal, na, da ist eine Kamera. Dann werde ich jetzt knallhart diesen Schraubenzieher benutzen. Und die abschrauben. Rüsten Sie Ihre Pistole aus. Hä? Ne, ich würde jetzt das Ding abschrauben. Tschüss. Ich muss hier wohl abschießen. Aber wisst ihr was? Also ich denke, es wird mich keiner sauer kennen. Bye, bye. Good aim. Now. Good aim. Good aim. Ich bin irgendwie zwei Meter entfernt. Und sie. Wow. Guck mal, hier ist ein Sicherungskasten. Können wir da irgendwie dran dödeln? Mission failed. Äh, war jetzt aber nicht schlimm, oder? Ah, Schraubendreher fehlt. Warte mal. Den hab ich doch weggeschmissen. Wo ist er denn? Ich hab den doch irgendwie rumgeschuckt. Seid mal wo. Ah, da ist er. Ich hoffe, ich hab's nicht schon versaut. Komm, das Ding ist noch ganz. Hopp. Ja. Wie, was war'n das jetzt? Achso, nee. Ich hab's jetzt wirklich kurz... Erstmal in Deckung gehen. Psch. Okay, hier kann man direkt rein in den Transporter. Na, also falls da jetzt jemand drin ist, macht's... Nein, das ist er da unten. Zwei... Hää! Ah! Ne Auto-Batterie. Nicer, deicer. Oh, 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 oh! Madam, bitte! Ne, ne, die behalde ich erstmal. Die behalde ich fürs erste Mal. So. Wenn einer jetzt kommt oder eine Kamera mich sieht, mach ich schnell so. Weil dann bin ich nur noch ein Bär. Okay? Gut. Der hat die Macht. Das kann ich aufheben? Sag mal, wie viel kann ich denn nehmen? Molto bene. Rattengift. Jetzt wird's aber unangenehm hier, ne? Ah, hier, so. Ach so. Hier ist alles voll mit Dingen, die ich nehmen kann. Guck mal da. Vergiften. Na klar. Warum nicht? Kipp. Nein, den Schotter. Ja, Rattengift. Boom. Uff. Ja, aber, ähm, ist ja niemand da, der das nascht, oder? Das ist der Haupteingang. Guck mal, ich kann ihn von innen einfach öffnen. Einfach so, zack. Überfluten. Klar. Also, ich glaube, ich muss hier nicht großartig Ablenkungen schaffen, sondern mich erst mal wiegen. 47 Kilo. Na klar, ist ja auch ein Gen 47. Da muss der aber echt ultimativ schmächtig sein, unterm Anzug. Das ist meine... Alter Falter, was ist hier los? Oh, ein Einsatzbericht. Nice. Found something. Looks like research reports. Looks like Raynard had to hand in all of them. All in the past, I'm afraid. Also, wenn die Pflanze jetzt noch mitwackelt, dann ist es echt ein gutes Spiel. Aber, Leute, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt hoch. Wer weiß, was so abgeht darüber, ne? Geile Bilder, okay, gut. Sind schon mal da. Aber, immer noch sonst eher niemand. 47, der Computer. Ja. Klar, natürlich. Encrypted. Oh. Hm. Assuming there's a key, Raynard wouldn't just leave it lying around. Doch, doch. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. Aha. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Moment mal. Vielleicht ist irgendwo ganz feste Geheim. Man wird's nicht sehen können, in den Raum. Da ist wahrscheinlich was versteckt. Das ist der Instinkt. Da brauche ich keinen Instinkt dafür. Wenn ich hier die, äh, die, äh, die Geheim, Geheimmechanismus. Das könnte auch draufstehen, ne? Ah. Dachte ich mir schon. Ja. Kann ich mir alles nehmen? What? Schrotflinte, ganz klar. Sick and rainy, Bombini. Beweise zerstören. Ach so, das sind die von hier. Wo ich gefilmt habe, aber, ah. Okay, ja. Äh, 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 läuft. Dietrich kann nämlich auch mit. Aber auch natürlich hier die Passworte, den Passwort Dongle. Und wahrscheinlich kann ich über den PC dann hier unten aufmachen. Da kommt das doch alles verbunden. Das hat doch ein Dödel entwickelt, ne? Das ist schon mit Raffinester gebaut, die ganze Geschichte hier, ganz klar. So, Passwort Dödel rein. Und dann mal zackig hier ran. Hurry, I'm detecting who the end of the road. A Motorcade, possibly Raynards. Oh. Uploading the data. Hold on. Oh Gott, die kommen jetzt angefahren. Nothing from the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows who she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Christad Industries. And by the sound of it, he's a profit in operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell her. Die wissen jetzt aber nicht, dass wir hier sind, ne? Sondern die kommen einfach nur so, um mal ein bisschen zu schwimmen oder so, ne? Oh, I thought this night would never end. What a snobfest. And I even missed out on the action. Oh, I'm sorry you had to enjoy all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Oh, weißt du, eben war die Tür offen. Und sie, ähm, ich schließe trotzdem auf. Die kommen jetzt aber nicht direkt hier hoch, oder? Könnt ihr mal Zucker essen, bitte? Oh, Alter, hier ist ja alles voll. What the fuck? Okay, okay, okay. Das wird jetzt eine krampfbärige. Ja, hier ist Zucker. Hier ist Zucker. Du Dödel. Gönnen dir. Oh, Gott, ist denn was? Er prüft das Obergeschoss? Nee, 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 nee. Okay, okay, okay. Erstmal schließen. Oh, direkt unter mir ist einer. Hier kann ja direkt einer hochkommen. Da läuft einer. Da oben läuft auch einer. Da hinten ist, ich weiß auch nicht, eine Bank. Die kann natürlich sehr hilfreich sein in so einem Kampf. Was kann man jetzt bitte schon mit der Bank machen? Untertauchen nicht möglich. Das sind ja auch Feinde. Warte mal, so eine Spaghetti-Dose. Wie weit fliegt denn die? Schon ein Stück, oder? Wahnsinn. Oh, der eine kommt, der eine kommt. Ähm. Oh. Das wäre etwas zu nah hier, mein Freund, ne? Genick brechen. Beginne Kampf? Nee, 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 nee. Ich verkleide mich jetzt erst mal. Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Also wenn schon, dann richtig. Und nicht irgendwie, äh, Pille-Palle. Jetzt fahren wir hier wieder auf mit dem Dietrich. Oh, ich hab keinen. Kein Problem. Ich bin Agent. Ich, äh, ich kann damit umgehen. Guck mal, ich kann ja einfach easy ins Park rein. Warte mal, da war ich doch gar nicht. Alter. Was ist denn das? Okay, den Quietscher nehm ich mit. Hallo. Oh, crap. Shit, 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 shit. Oh, du Scheiße. Ich hab ihn mit der Batterie aufgekloppt, Alter. Ich mach ihn hier in den Schrank rein. Oh, oh, oh. Ich will hier rein. Na also. Das Spiel macht echt richtig Bock. Vielen Dank für den Tipp, Leute. Das ist ödel. Jetzt kann ich hier einfach den, den TV einschalten, um, äh, als Ablenkungstechnik hier Maßnahmen hier was einzuleiten. Oh, die legt sich jetzt hin. Ablenkung wird untersucht. Achso, der Fernseher. Ja. Mach mal aus, komm. Okay, okay, achte. Alles gut, alles gut. Da drin ist die Frau. Chill. Sag mal, ist der langsamer dauernd? Achso, ich muss drücken. Wollte grad zeigen, was ist das für ein Bär? Sehr gut, sie geht. Oh, wo geht sie jetzt hin? Ah, die ist... Ich muss kurz noch den hier irgendwie, irgendwie verstecken. Oh, fuck. Was? Will do. Hey, buddy. Oh. Oh, Gott. I need help anyone. Ähm, ähm. Alter, wie kämpft man denn? Ich wollte doch aber richtig chillig spielen eigentlich. So ganz, ganz, ganz. Es war jetzt nicht wirklich elegant gelöst, aber da kann man auf jeden Fall viel draus machen. Das ist ja echt edel. Ja. Ich hab keine Waffe. Ne Propan-Gas-Flasche. Komm ruhig rein. Oh, oh. Das war schon ziemlich heavy, mein Freund. Das hat niemand den vergifteten Zucker angerührt. Das finde ich ein bisschen kacke. Wisst ihr was? Ich hab die Wurfsterne. Oh, die Schuriken. Ah! Holy... Ich war jetzt, ich war jetzt wirklich nicht gut. Ich weiß, ich hab ziemlich viel geschossen. Aber ich denke, dass es ein echt geiles Spiel ist und, ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall auf die, auf die Wishlist machen und dann bei Zeit kaufen. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht war, ähm... Ich hab die Wurfsterne.